Da-da-dum! Ja! 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 Und jetzt versucht Spongebob seinen hochfliegenden Partner Patrick zu fangen, während er am Halbgriff des Tudesbaum hält. Ja! 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 Werfen Sie dieses grauenhafte Ding von Ihrem Schoß! Ich werde nichts dergleichen tun! Denn ich liebe dieses hübsche Tier! Es ist mein emotionaler Beistand! Nicht wahr, Schnuckelchen? Pfuh! Wiff wiff waff waff wapwaff waff wu-a! Ah! Da sehr lecker! Das darf nicht wahr sein. Es reicht! Ich schmeiße euch beide auf der Stelle raus. Wo ist dieser rosa Schwachkopf? Auf der Toilette. Das ist keine Toilette, das ist der Notausstieg. Da drin ist kein Klopapier mehr. Wer fährt jetzt? Ich fähr sonst. Der Bus ist nicht ausgelegt für den Druck in solcher Tiefe. Wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Wir werden zu breit zerquetscht. Ich möchte kein Busfahrer mehr sein. Ich will nicht zerquetscht werden. Ich will dieses Sandwich nicht essen. Oh, ein Panino. Wie überaus italienisch. Hey, ein neuer Fahrgast. Schön. Hi. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. Keine Angst, ich habe eine Meereskarte. Fahr links. Nochmal links. 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 Ich sehe nichts. Wir müssen auch nichts sehen. Wir müssen ganz einfach nur glauben. Ich glaube, dass deine Karte auf dem Kopf steht. Das lässt sich ändern. Stellt euch an, Leute. Setzt euch an, oder was? Ich habe dran. Ich will nur bezahlen. Das kann doch nicht so schwer sein. Bitte zahlen Sie doch was. Wie lange dauert das denn auf dem Kopf? Man kann nicht glauben. Wollt ihr uns hier vielleicht veräppeln oder was? Jetzt habe ich genug. Ich kündige überall. Der krosse Krabbe-Region. Pünktlich. Einen Krabbenberger, bitte. Einen Krabbenberger? Ja, gern. Einen Krabbenberger. Einen Krabbenberger. Einen Krabbenberger. Kommt sofort. Geben Sie bitte Ihre Bestellung auf. Denn niemand beherrscht diesen Job besser als ich. Ich habe gewonnen. Mir ist immer noch kein Klopapier. Das haben wir gut gemacht. Bikini Bottom sieht jetzt richtig sauber aus. Nur noch ein Haus. Und dann kann ich das Kapitel Müllabfuhr endlich abschließen. Auf den Wagen damit und dann nichts wie weg hier. Hey, Finger weg von meinem Haarbund. Gut. Aber das ist weder hart noch gut, sondern Müll und der muss in den Müllwagen gebracht werden. Nein, das gehört mir. Halt! 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 Lass endlich meine Tonne in Ruhe! Halt! 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 Seit wann gehst du in die Muckibude? Tja, der Gutschein von Larry von Lobster hat sich wirklich gelohnt. Keine Verbrüderung mit dem Feind, ja? Er ist aber gar kein Feind, sondern mein bester Freund. Außer dir natürlich. Vielleicht lassen wir Patrick einfach seinen Müll. Von wegen. Der Müllinspektor hat gesagt, wir sollen den Abfall der gesamten Stadt einsammeln. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Niemand kommt meinem Müll zu nahe. So hättest du das also gern, ja? Du fühlst jetzt halt perfekt zu entsorgen. Oh, Thaddeus, du klingst ja richtig tapf. Gut, schalten wir auf Kampfmodus. Gah! Oh, oh. Das ist deine letzte Chance. Gib uns deinen Abfall oder du wirst frisst mit der Arbeit. Ha! Weißt du was? Ich werd euch... Wie heißt das? Dickster Halt! Oh! 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 Müllaufklauben ist wirklich harte Arbeit. Hä? Hehehehe! Oh! Oh! Rücken dich deinen Müll raus! Nein! Der gehört mir und ich mag ihn! Gib ihn her! Niemals! Hört auf damit, ihr Kindsköpfe mit Kiemen macht noch meine ganze Arbeit kaputt. Was ist denn da Ihre Arbeit? Ich hab den ganzen Tag Tentakeltief im Müll gestanden und das nur Ihren Wegen. Müllflach, yeah! Hey! 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 Super schlau! So! Zimmerservice. Hereinspaziert. Hey! 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 Hehe! Haltet euch fern von mir! Ich will keinem von euch über den Weg laufen. Das gilt für das ganze Hotel. Der Konga-Tanz ist passé. Ah, der Willnisbereich. Diese Massage ist großartig. Du hast magische Hände. Töneus! Magische Hände! Lass mich bloße, du! Diesen... Endlich. Ah! Hm, hm. Kein Grund zur Panik. Bleib bloß weg von mir, ich warne euch. Ich will doch nur meine Ruhe. Oh, wenn du deine Ruhe haben möchtest, dann geh auf keinen Fall in den Raum hinter dir, Thaddeus. Hm, wieso? Seid ihr zwei etwa schon da drin? Haha, nein, dummer Chin. Da findet der Quallenfischerkongress statt. Herzlich willkommen, Quallenfischer. Du musst neu hier sein. Hä? Quallen was? Quallenfischer. Willkommen, Neuling. Quallendrücker. Nein! Macht's gut, ihr Quallenstinker. Ich haue ab. Mein Zimmer ist eine echte Oase des Friedens und der Ruhe. Ich versteh das einfach nicht. Ich hatte hier schon seit einer halben Stunde. Naja, also, ich bin im Bildschirm dran. Alles klar, Quallenfreunde. Der Moment ist gekommen. Es ist jetzt soweit. Lass die jährliche Quallenfischer-Maskottchenjagd beginnen. Quallenfischer-Maskottchenjagd. Quallenfischer-Maskottchenjagd? Lass, stopp mich! Stopp mich! Schädlingsbekämpfung. Ich ruf aus dem Hotel Heilbutt an. Ihr Hotel gibt es in jedem Winkel furchtbare Quallen. Fanatiker. Nochmal! Nochmal! Schicken Sie sofort die Kammerjäger zu uns! Ich hoffe, Tadeus hat es nach draußen geschafft. Tadeus? Den musst du mir irgendwann einmal vorstellen. Ich hab meine Ruhe! Ich hab meine Ruhe! Ich hab meine Ruhe!